Guten Tag, mein Name ist Ralf Dick, etwas zu mir, bin 57 Jahre alt, habe zwei erwachsende Kinder und bin selbstständig. Mein Studienabschluss war Diplom Wirtschaftsinformatiker und ich war in verschiedenen Basen- und notierten amerikanischen Unternehmen in leitender IT-Funktion tätig. Seit März 2013 bin ich jetzt in der AfD, zuerst war ich stellvertretender Sprecher, dann Sprecher, nun Schatzmeister im Kreisverband Jürgen und Direktkandidat in Jürgen 1. Es kommen jetzt entscheidende Wahlkampf auf uns zu. Es geht um unsere Zukunft. Unser Programm geht in die richtige Richtung und ist ein Teil der Lösung der mannigfaltigen Probleme. Aber unser Programm will ich im Moment gar nicht eingehen, das haben Sie schon zu oft gehört. Ich möchte etwas zu unserer zukünftigen Rolle sagen. Die Altparteien verwenden abgeschwächte, geklaute Programmpunkte von uns, die natürlich niemals umgesetzt werden. Immer zu spät und zu wenig. Es liegt ein Kontrollverlust und ein Staatsversagen vor. Da müssen wir ansetzen. Wir müssen die Altparteien auf jeder Ebene fordern. Von der EU hin bis zur Kommunalpolitik. Es lebt sich dort zu gut für die alten Parteien, die selbst bei offensichtlichen Problemen alle zusammenhalten. Zum Beispiel Silvester in Köln oder jetzt auch Berlins Geschichte. Die ganze Politiklandschaft NRW hat ein Strukturproblem. Das fängt mit den Grünen an und zieht sich durch alle anderen Altparteien. Und natürlich hat auch das Land NRW massive Probleme. NRW ist unter Rot-Grün zu einem Sanierungsfall geworden. Mit sogenannten Sachzwängen und politischer Korrektheit ziehen alle Parteien an einem Strang, verraten Bürger und die Wähler. Am 14.05. ist die Wahl in NRW. Ab dann ist die Komfortzone für die alten Parteien die Schichte. Da greifen wir an und gewinnen einen wichtigen Teil einer normalen Demokratie zurück. Eine echte Opposition. Wir sollten dieses Wochenende noch sehr viele Listen für zu wählen. Deshalb höre ich dir auf. Ich wäre gerne ein Teil dieses tollen Teams auf der Liste. Ich bedäume mich als Listenkandidat für NRW. Mein Name ist Ralf Dick. Vielen Dank. Das waren zweieinhalb Minuten. Sie haben uns Zeit geschenkt. Die ganzen Fragen aus Ihrer Mitte an den Kandidaten Dick. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.